Heute soll es darum gehen, wie ich als Selbstständiger erfolgreich geworden bin. Und Erfolg bedeutet jetzt erstmal primär auf finanzieller Ebene. Also ich habe es so weit geschafft, dass ich mehrere 10.000 Euro im Monat verdiene. Und das ist ja häufig das Ziel von ganz vielen und das auch mit sehr wenig Ausgaben. Also fast überhaupt keine Werbekosten und verhältnismäßig überschaubaren Angestellten sozusagen. Also ich arbeite hauptsächlich mit Freelancern und ich möchte dir einfach mal meinen Weg zeigen, wie ich das hinbekommen habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich in allen Lebensbereichen total erfolgreich bin, sondern heute geht es tatsächlich nur erstmal um den beruflichen und finanziellen Aspekt. Und das habe ich in einzelne Punkte aufgeteilt und diese einzelnen Punkte gehen wir jetzt durch. Der erste Punkt sind deine Stärken und deine Leidenschaft. Wie findet man jetzt grundsätzlich erstmal heraus, wo die Stärken von einem liegen und welche Leidenschaft man sozusagen verfolgt? Das musste ich für mich natürlich auch erstmal herausfinden, weil ich ja gar nicht am Anfang genau wusste und von diesen ganzen Möglichkeiten, die es da draußen gibt, hier erschlagen wurde. Weil ganz ehrlich, du kannst heutzutage mit fast allem Geld verdienen. Du kannst auch Tassen bemalen und die online verkaufen, auch damit kannst du Geld verdienen. Aber da muss jeder für sich herausfinden, was für einen selber der beste Weg ist. Und ich wusste immer, ich möchte eigentlich am liebsten Content erstellen. Von mir ist auch gerne hier auf YouTube oder Blogs und Instagram etc. Und dann über diesen Content möglichst meine Produkte, meine eigenen Produkte verkaufen. Also ich wollte nicht so viele Fremdsachen bewerben und ich wusste schon, dass ich jetzt zum Beispiel weniger mit Kooperationen irgendwie Geld verdienen möchte. Und dafür habe ich grundsätzlich erstmal diese Sachen für mich herausgefunden, indem ich meine Interessen reflektiert habe. Also was mache ich wirklich gerne und bewusst auch meine Hobbys da rausgelassen habe. Denn ich möchte niemals mein Hobby zum Beruf machen, denn ich will ja ein Hobby haben neben dem Beruf. Und dann musst du mal beobachten, wohin deine Energie so geht. Also was macht dir richtig Bock in deinem Arbeitsalltag oder wo sagst du, das könnte ich wahrscheinlich mehr ausbauen. Und wenn du das erstmal hast, dann reicht das erstmal. Die Monetarisierungsfrage, also wie du später damit Geld verdienst, die kommt von ganz alleine. Wichtig ist erstmal, dass du gut und energetisch sozusagen arbeiten kannst, weil wenn du das hast, baust du auch Reichweite auf. Dann baust du dir auch ein Interessennetzwerk auf und dann geht das halt immer weiter. Und der wichtigste Punkt bei mir in der Firma ist, hör immer auf dein Bauchgefühl. Also das kann ich ja nur von mir sagen. Ich habe schon ganz viele Aufträge abgelehnt in meiner Berufslaufbahn, wo ich nicht zu 100% das Gefühl hatte, das würde passen. Und da waren sehr, 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 sehr lukrative Dinge dabei. Da waren teilweise Sachen dabei, da würden manche Leute ein ganzes Jahr für arbeiten gehen. Die habe ich abgesagt. Ich habe super viele Workshops, Workations und Auftritte, teilweise sogar schon bei RTL etc. abgesagt, weil ich gesagt habe, das fühle ich irgendwie nicht. Und natürlich gibt es immer einen Weg, der einen noch erfolgreicher macht. Aber irgendwann muss man da auch mal, komme ich auch später noch, mal einen Cut machen. Punkt Nummer zwei, was ist dein wirkliches Ziel? Also was ist dein Antreiber? Willst du zum Beispiel nur Geld verdienen oder möchtest du, dass irgendwann mal viele Menschen für dich arbeiten? Oder möchtest du dir durch deinen Job möglichst viel Freizeit aufbauen? Weil das sind unterschiedliche Konzepte. Ich arbeite zum Beispiel nach dem Konzept, möglichst wenig zu arbeiten für mein Geld. Und da ist es mir gar nicht so wichtig, wie viel am Ende bei rauskommt. Im Content Marketing, was ich ja hauptsächlich betreibe, kannst du das sowieso nicht zu 100% planen. Klar, meine Videos und so, ich kann sagen, ich mache jede Woche ein Video oder ich mache jede Woche drei Videos. Dann weiß ich, ich habe insgesamt mehr Views über einen gewissen Zeitraum und baue mir das auf. Logisch. Aber wie viel Prozent ich jetzt mehr an Umsatz nächstes Jahr oder dieses Jahr mache, weiß ich nicht. Ist mir auch scheißegal. Ich weiß, dass grundsätzlich, wenn die Netzwerke, also die ganzen Social Medias und die ganzen Plattformen so weiterlaufen wie bisher, dann wächst meine Reichweite von Jahr zu Jahr und ich kann dadurch auch ein Stück weit mein Einkommen steigern. Man hat natürlich noch mehr Möglichkeiten. Man kann mehr Launches machen. Also ich bringe neue Produkte raus oder einen Relaunch. Ich mache ein Produkt nochmal besser und bringe das nochmal neu raus für eine andere Zielgruppe. Was auch immer. Man kann immer an seinem Einkommen arbeiten, klar. Aber gerade im Content Marketing ist es ja so, dass man eigentlich immer mehr Reichweite hinten rausbekommt. Und mein Ziel ist es halt nicht, 40, 50, 60 Stunden jede Woche zu arbeiten, um meinen Gewinn zu maximieren, sondern ich möchte meinen Gehalt haben oder beziehungsweise einen vernünftigen Umsatz und dann sukzessive meine Stunden zu reduzieren. Also ich kann niemals nicht arbeiten. Ich komme schon auf 15, 20, manchmal sogar 25 Stunden die Woche, aber eben keine 50. Würde ich 50 Stunden arbeiten, würde ich auch viel mehr verdienen. Punkt Nummer drei, sei bereit zu lernen und an der Stelle auch ein bisschen demütig zu sein. Ich höre ganz oft Leute, die gerade erst angefangen haben und sie sagen dann, boah, jetzt habe ich es kapiert, jetzt weiß ich alles darüber. Und dann stellt man so die ein oder andere Frage oder man bekommt eine Frage und merkt, eigentlich hat die Person noch gar nichts verstanden. Und das ist auch nicht schlimm, man darf sich nur nicht einreden, man hätte schon viel verstanden, sondern immer schön Step by Step einzelne Dinge weiter lernen. Wenn du wirklich an irgendeinem Punkt glaubst, hier kommst du gerade nicht weiter, dann belügst du dich entweder selber oder du läufst mit Scheuklappen durch deine Firma. Denn jede Firma hat 10.000 Stellschrauben, an der man jederzeit drehen kann oder könnte. Wie habe ich das gemacht? Ich habe relativ viel über YouTube und über Bücher gelernt. Ich habe aber auch die Fähigkeit, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, dass ich autodidaktisch lernen kann. Mir reichen auch oft Selbstlernkurse. Ich habe also tatsächlich auch einige Selbstlernkurse im Internet gekauft über verschiedene Spezialthemen und habe mir diese Sachen dann einfach beigebracht. Und zwar so weit beigebracht, dass sie gut funktionieren. Ich möchte da nie in eine Perfektion reinkommen. Ich möchte nicht der Beste im Copywriting werden. Ich will nicht der Beste im E-Mail-Marketing sein. Ich will nicht der Beste auf YouTube sein. Ich will aber einen Blumenstrauß bedienen können, der für meine Verhältnisse gut funktioniert. Punkt Nummer 4 sind Netzwerke. Den Punkt habe ich damals als Influencer extrem fokussiert. Ich kenne heute noch den Großteil der Influencer in Deutschland und bin auch mit den meisten schon oft in Kontakt gewesen. Egal, welche Größe die jetzt haben. Also bis weit in die zig Millionen Follower rein, kenne ich eigentlich die meisten. Heute im Business ist es eher weniger. Ich kenne viele aus dem Business-Bereich, bin aber nicht mehr der klassische Netzwerker, weil ich das für mich gar nicht brauche. Also es klingt immer so ein bisschen fies, aber ich habe ja meine privaten Freunde, ich habe meine Familie und natürlich lernt man hier und da mal jemanden kennen. Wenn dir aber insgesamt eine halbe Million Menschen irgendwo folgen, sei es nur 2000 Menschen irgendwo folgen, dann hast du ja ein Problem, mit all den Leuten irgendwie befreundet zu sein und das ist auch überhaupt nicht deine Aufgabe. Nur weil ich Content nach außen hingebe, muss ich ja nicht ein riesen Netzwerk direkt aufbauen. Aber es hilft. Also wenn ich jetzt der Typ wäre, der gerne netzwerkt, dann weiß ich, dass ich deutlich mehr verdient würde. Ich weiß, dass andere Leute zum Beispiel in einem Coaching-Netzwerk irgendwie sind, also die haben sich irgendwo ein Coaching gekauft und da gibt es halt viele andere Leute und mit denen connecten die extrem. Das machen auch die Teilnehmer zum Beispiel in meiner Academy extrem. Wenn du ja meinen Selbstlernkurs oder meine Support Academy kaufst, kommst du ja neuerdings auch mit dem Selbstlernkurs auch auf dem Discord-Channel, musst du mir nur ne E-Mail schreiben und das Ding ist dann, dass du da hunderte Menschen triffst, also im Moment sind noch nicht so viele drauf, wir haben den gerade jetzt aufgemacht, aber 60, 70, 80 sind schon drauf. Wenn du das halt kaufst, dann lernst du ja automatisch über dieses Netzwerk, andere Leute kennen, die sowas ähnliches machen wie du und diese Netzwerke grundsätzlich sind schon sehr wertvoll. Ich bin nicht so der klassische Typ dafür, aber wenn du das bist, dann ist das ein Hauptfokusthema. Und wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, dich in ein Coaching einzukaufen und dir ist der Preis zum Beispiel zu teuer, dann überleg mal, wenn dahinter eine Community steht, wo du Zugriff drauf hast, über eine Facebook-Gruppe, über ein Forum, über ein Discord-Channel oder du siehst die einfach nur ständig im Live, dann überleg mal, wie teuer ist dein Produkt und wenn du jetzt ein Produkt hast, das zum Beispiel 1.000, 2.000, 3.000 Euro kostet, dann brauchst du dich nicht in ein Coaching einkaufen, was vielleicht nur 500 kostet, weil die Teilnehmer da sind gar nicht deine Zielgruppe. Dann würde ich eher in ein Coaching gehen, was für dich 5.000 oder 6.000 Euro kostet, mal ganz abstrakt gedacht jetzt einfach, weil dann hast du da nur die Teilnehmer drin, die das halt machen. Und gut sind dann auch Messen oder so Live-Events. Ich bin jetzt selber da noch nie gewesen und ich will auch gar keine Werbung jetzt gerade machen, aber es gibt ja so eine Vertriebsoffensive zum Beispiel von Dirk Kreuter. Ich glaube, dass wenn du so ein Typ dafür bist, dass es sich lohnen kann, auf solche Events zu gehen, nur um das Netzwerk aufzubauen. Der nächste Punkt ist, bau dir Reichweite auf. Ist klar, also ich betreibe hauptsächlich Content Marketing. Bei Block dich hoch, also so heißt die Firma hinter Sebi Force, wir haben YouTube, wir haben Podcast, wir haben Blogs, wo es auch Blogartikel gibt, wir haben unser Instagram, wir machen noch ab und zu TikTok, wir haben LinkedIn, unsere E-Mail-Liste und, und, und. Das heißt, wir bedienen sehr viel über Content Marketing. Und Content Marketing bedeutet, dass generell jeder Content, den du auch erstellst, hilfreich, nützlich, aber auch umsatzrelevant ist. Das ist ganz wichtig, das vergessen ganz oft viele. Jeder Content, den du rausballerst, muss in irgendeiner Art und Weise deiner Firma auch helfen können, Geld zu verdienen. Jetzt ist das bei YouTube und auch bei Blogs oft so, dass du alleine schon durch die Präsenz des Videos ja ein Stück weit was verdienst. Meine besten Videos hier haben hunderte Euro schon eingespielt. Das schafft nicht jedes Video, aber ich habe ja auch nicht so viele Abonnenten. Also wenn du jetzt ein Thema hast, was ein bisschen in den Mainstream reingehen kann, kann es sich sogar auszahlen oder lohnen, nur YouTube zu machen und gar nichts zu verkaufen. Da musst du natürlich voll reingehen und dich zu 100% committen, aber das funktioniert halt. Und Reichweite selber ist so das Schwierigste, was man aufbauen kann für Business, also im Business-Kontext. Das Ding ist einfach, ganz viele Menschen machen extrem viel über Paid-Marketing. Das ist auch gut, weil da kannst du an der Schraube drehen und dann kannst du vorne mehr reinwerfen, kommt hinten mehr raus, ist logisch, aber dieses Organische, also dieses Content-Marketing, einfach nur Content produzieren und dann gucken sich das gerne Leute an, ist immer ein zusätzlicher Hebel und ich lebe hauptsächlich davon. Also ich zahle 1000 Euro im Monat an Werbung und es gibt Leute, die zahlen Hunderttausende Euro in Werbung, also auch an Coaches, nur um ihre Auftragsbücher voll zu bekommen. Meine sind immer voll, mehr oder weniger. Also wie gesagt, für meine Verhältnisse. Der nächste Punkt ist, sei flexibel. Es ändert sich immer sehr viel. Jeden Tag würde ich behaupten, ändern sich Dinge im Business. Irgendwie. Dann kann es auch mal sein, dass Jan Böhmemann irgendwie einen Shitstorm über alle Coaches hinweg macht. Der hat mich jetzt zum Glück irgendwie gar nicht erreicht oder gar nicht getroffen. Ich zähle mich auch nicht zu dem, was er da gesagt hat. Ich habe das Video übrigens nicht geguckt. Ich habe nur so von ein paar Leuten davon gehört. Und das Ding ist einfach, wenn ich immer schön flexibel reagieren kann auf alle möglichen Tatsachen, dann kann ich auch langfristig besser Geld verdienen. Beispiel. Wenn ich mich jetzt nur auf Instagram fokussieren würde, ich würde also zu 100% mich committen, um auf Instagram maximal erfolgreich zu werden. Und jetzt hat Meta einen Shitstorm oder Meta sagt, wir stoßen Instagram ab, weil es nicht mehr Profit, weil es uns nicht genug Profit einbringt. Was mache ich denn dann? Dann hätte ich meine ganze Existenz auf Instagram begründet. Und ich bin immer so der Meinung, dass du entweder mehrere Plattformen bedienen solltest, wo du dir eine Audience aufbauen kannst, oder aber du holst dir natürlich die Kundendaten in irgendeiner Form, das heißt, du verkaufst Sachen und hast die Kundendaten in einem System oder wenigstens in einer Excel-Tabelle oder sonst irgendwo, oder du baust dir halt eine E-Mail-Liste auf, weil diese Reichweite gehört dir. Natürlich gehört dir kein Kunde, aber diese Menschen kannst du auch erreichen, wenn man Social Media den Bach runtergeht. Ich habe mittlerweile über 10.000 Leute in meiner E-Mail-Liste, lesen natürlich nicht alle, aber ich kann diese Menschen tendenziell erreichen. Und ich habe von ganz vielen Leuten, die sich natürlich auch mal meine Produkte gekauft haben, auch ihre Adresse. Ich könnte also, ich weiß nicht wie vielen, ich habe das noch nie nachgeguckt, Hunderten oder Tausenden Menschen auch Post schicken. Das ist natürlich in einem Online-Business total willkürlich, aber ich könnte denen einen Flyer schicken und sagen, guck mal hier, ich mache zwar kein Instagram mehr, aber ich mache jetzt das Thema, das passt irgendwie dazu, Interesse, dann, keine Ahnung, melde dich bei mir oder sonst irgendwas. Also diese direkte Möglichkeit, Menschen zu kontaktieren, wo du genau weißt, die sind in deiner Interessengruppe, ist, glaube ich, das wertvollste in der Firma. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen von euch da draußen, kümmert euch relativ früh um das Thema E-Mail-Liste. Ich weiß, das ist langweilig und nicht jeder von euch möchte irgendwie Newsletter schreiben, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wenn eure Existenz in irgendeiner Art und Weise euch gefährdet, weil zum Beispiel euer YouTube läuft nicht mehr, eure Reichweite bricht komplett ein, dann sind das Sachen, die euch niemand nehmen kann. Die Leute können dir schreiben, bitte schick mir keine E-Mails mehr. Ist in Ordnung. Aber ein Kunde kann dir im Prinzip nie verbieten, glaube ich, weiß ich gar nicht, dir Post zu schicken. Also du kannst jedes Mal einmal im Jahr einem Kunden eine Postkarte schicken oder einen Flyer oder einen Report oder sonst was. Meistens sind es ja auch noch Firmenadressen. Das ist keine irreführende Werbung, das ist auch kein Spam. Spam kannst du, glaube ich, nur per Telefon und per E-Mail. Post kannst du jemandem schicken. Und das sind halt alles so Sachen, wo man drüber nachdenken sollte, wenn man sich eine Firma aufbaut. Und ich schwöre dir, mein großer Durchbruch kam damals, als ich angefangen habe, die E-Mail-Liste aufzubauen, wo ich die ersten 1.000, 2.000 Leute drin habe. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt geht es richtig rund. Meine Launches mit so einem 200, 300 Euro Produkt verkaufe ich in der Regel zwischen 100 und 300 Mal. Das heißt, ich habe einen Zeitraum in einer Woche und wenn ich ein Produkt habe für 197 Euro, wie zum Beispiel meine First Mover Academy, verkaufe ich die 100, 150 Mal in dieser Woche. Die First Mover Academy ist zum Beispiel so ein super Ding. Da lernst du so Prozessaufbau, also so die Grundlagen für eine Firma und das Ding habe ich bestimmt schon 4 oder 500 Mal verkauft. 197 Euro Produkt ist so das sogenannte No-Brainer-Produkt. Funktioniert hervorragend. Natürlich ist 197 Euro für manchen noch zu viel. Dafür gibt es dann eine Ratenzahlung. Und sowas ist halt so ein Einsteigerprodukt und wenn die Leute dann merken, okay, das hat mir richtig gut gefallen, das hat mir richtig was gebracht, können sie ja immer noch das größere Paket kaufen. Der nächste Punkt ist, verfolge deine Erfolge und arbeite an deiner Zufriedenheit. Viele Menschen kriegen den Hals nicht voll und rennen am Ende oder mitten in ihrer Selbstständigkeit genau so schlimm, wie wenn sie Vollzeit angestellt sind und da richtig Stress haben. Wenn dein Traum heute ist, irgendwann mal in der Zukunft zum Beispiel 100.000 Euro im Jahr zu verdienen, dann sollte dein Ziel, wenn du das erreicht hast, nicht plötzlich lauten, jetzt will ich aber eine halbe Million, sondern du kannst deinen Umsatz ja jedes Jahr mindestens um die Inflation oder um die doppelte Inflation steigern. Spricht ja gar nichts dagegen. Du kannst ja ein Umsatzwachstum von 20, 30 Prozent anstreben. Aber viele machen dann 500 Prozent draus oder wenigstens mal 100, 200, 300 Prozent jedes Jahr und machen sich enormen Stress. Von 100.000 Euro im Jahr brutto, brutto Umsatz, kann ein Selbstständiger gerade so vernünftig leben. Also da gehen unglaublich viele Abgaben runter. Du musst dich Rentenversichern, du hast den Höchstbeitrag zur Krankenversicherung, du musst davon noch mal 19 Prozent Umsatzsteuer zahlen, dann noch mal etwa 40 Prozent Einkommenssteuer, wenn du das halt nicht hast und, und, und. Also es ist, bleibt jetzt nicht riesig viel übrig, aber du kannst davon schon vernünftig leben, gar keine Frage. Aber du musst nicht unbedingt drei oder vierhunderttausend Euro verdienen, um da jetzt irgendwie zufrieden zu sein. es sei denn halt, du verdienst das, ohne extrem viel mehr zu machen. Dann ist es ja nicht schlimm. Ich habe Kunden bei mir, die haben dann sich alles aufgebaut und auf einmal sind zum Beispiel ihre Reels explodiert und sie haben zehntausende Follower in wenigen Wochen aufgebaut. Und in dem Moment, wenn du dann so eine virale Phase hast, nenne ich es mal, dann kannst du in diesen Momenten extrem viel Geld verdienen. Ob das dann langfristig so bleibt, hängt von tausenden Faktoren ab, die können wir jetzt in so einem Video hier gar nicht besprechen, aber so geht es halt. Und du musst dann einfach wirklich, wenn du das Ziel erreicht hast, nicht sofort aufs Nächste schielen, sondern dich auch wirklich mal feiern. Klingt immer so dumm, aber sei in dem Moment auch mal stolz auf dich. Ich habe so viele Menschen, die irgendwann das erste Mal vielleicht 10.000 Euro in ihrem Monat verdient haben, das erste Mal in ihrem Leben und sie schielen schon direkt auf das nächstgrößere Ziel, anstatt sich dann mal vielleicht eine Woche Urlaub zu nehmen und zu sagen, ganz ehrlich Leute, das habe ich mir jetzt richtig verdient. Ich habe ein riesen Etappenziel gemacht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und wenn aus der Zufriedenheit weiterhin Content erstellt wird und weiterhin an der Firma gearbeitet wird, dann hat das einen viel höheren Wert. Denn ich habe eben ganz am Anfang gesagt, erfolgreich, nur finanzieller Art, bedeutet nicht, dass wenn du viel verdienst, automatisch zufriedener und glücklicher wirst. Wenn du es jetzt nicht bist, wirst du es auch in der Regel nicht mit mehr Geld. Jetzt kommt noch das Thema Geduld, das ist noch ein weiterer Punkt. Geduld im Content-Marketing bedeutet, dass du Content so erstellst, dass der langfristig hält. Wenn ich jetzt dieses Video hier mache, wie ich erfolgreich wurde, das kannst du dir in fünf Jahren auch noch angucken. Wenn ich das aber anders drehe und sage, die besten Instagram-Tipps im September 2022, guckt sich das Video im Oktober schon niemand mehr an. Wenn du dein Content also so aufbaust, dass man sich den in einigen Jahren noch angucken kann, dann sorgt dein Content irgendwann langfristig dafür, dass du automatisch immer erfolgreicher wirst. Und diese Kurve oder dieser Graph, den man dann häufig sieht, der geht dann so. Also der geht nicht so linear, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, wenn man so jetzt diese Achse hat, der geht nicht so linear, sondern der geht so. Dieser Content befruchtet sich irgendwann gegenseitig selber. Und ich merke das auf allen meinen Plattformen. Irgendwann, wenn du viel guten Content auf der Plattform hast, dann wird deine Reichweite besser, besser und besser. Das kann aber dauern. Im reinen Content Marketing, wenn du dich nur auf eine Sache konzentrierst, zum Beispiel du möchtest jetzt einen YouTube starten, egal in welchem Bereich, nimm dir drei Jahre Zeit. Drei Jahre, bis es überhaupt greift. Das heißt nicht, dass du in drei Jahren schon dein Ziel erreicht hast mit 100.000 Followern. Aber dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Dieser Kanal hier besteht, ich glaube, seit Ende 2019 oder 2020, ich weiß es jetzt gar nicht, etwa drei Jahre. Und jetzt fängt es gerade erst überhaupt so langsam richtig an, dass die Views immer stabiler werden, dass sich die Videos gegenseitig befruchten. Es gibt immer ganz viele Videos, du musst mal meine letzten Videos angucken, die haben noch nicht viele Views. Aber, jetzt zum Beispiel, ich habe ein Video über LinkedIn Tutorial. Das hatte am Anfang, in den ersten Wochen, drei, vierhundert Aufrufe. Jetzt, nach, keine Ahnung, drei oder vier Monaten, fängt es langsam an zu rennen. Und das Video, ich schwöre es dir, heute ist der 15.3., das wird in einem halben Jahr das Potenzial haben, 10, 20, 30.000 Views zu haben. Das Potenzial. Heißt nicht, dass es das unbedingt hat, aber jetzt hat es, glaube ich, 2.000 schon. Und es wird auf jeden Fall jetzt richtig nochmal abgehen. Und das ist halt das Ding, wenn die Videos länger stehen und YouTube dann irgendwann die ganze Rückmeldung bekommt, die Leute, die es halt gefunden haben, denen gefällt es, dann rutschst du immer weiter nach oben, dann wirst du mehr empfohlen und, und, und. Und dann gehen solche Videos irgendwann Stück für Stück viral. Ich habe hier Videos, die haben erst nach einem Dreivierteljahr gezündet. Mein eines Video muss man nach Aufrufen filtern, Reels-Anleitung oder so, das hatte am Anfang ganz, ganz wenig Aufrufe und hat 20 Aufrufe oder 10 Aufrufe am Tag gemacht. Jetzt macht es, glaube ich, 180, 200 Aufrufe. Jeden Tag. Seit Wochen. Und das ist Content, den du langfristig haben willst. Egal auf welcher Plattform. Mach dir also bitte bewusst, so ein Online-Business aufzubauen. Das dauert einige Jahre. Das Schöne ist, es dauert halt einfach nur. Das heißt aber nicht, dass du Vollgas da reingehen musst. Wenn du dir zum Beispiel so einen YouTube-Kanal oder einen Blog irgendwie sowas aufbaust, nimm den Horizont in drei Jahren. Du kannst es nicht wirklich beschleunigen. Ehrlich nicht. Ich habe früher drei bis fünf Videos die Woche gemacht hier auf YouTube. Ich habe ja schon über 500 wieder runtergenommen oder 400. Das bringt nicht mehr. Es dauert einfach eine gewisse Zeit. Auch Vertrauen aufzubauen etc. Du brauchst aber nur ein Video die Woche. Du kannst hier mit zwei, drei Stunden Arbeit die Woche bei YouTube dir in drei, vier Jahren locker ein Nebeneinkommen oder sogar ein Haupteinkommen aufbauen. Wirklich. Das funktioniert. Du musst nur die Geduld aufbringen und sagen, ich mache jetzt jede Woche ein Video oder alle zwei Wochen ein Video drei bis fünf Jahre lang. Dann wird das funktionieren. Und ich glaube auch, dass so eine Plattform zum Beispiel wie YouTube oder Blogs generell, Podcasts, dass die auch in zehn Jahren noch funktionieren. Bin ich fest von überzeugt. Ja, das war so mein Einblick. Was ich glaube, was auch super wichtig war, das hat jetzt nicht viel mit den Skills zu tun, die man im Online-Business braucht. Das sind eher so Basic-Sachen, sag ich mal ganz grob. Skills sind natürlich auch, du musst ein bisschen Ahnung von Design haben, du musst Copywriting können, du musst Sachen erstellen können, du musst die Zielgruppe erreichen können und und und. Da gibt es noch tausend andere Sachen dazu. Mein Steckenpferd ist natürlich Instagram. Und wenn du wissen möchtest, wie du da Reichweite aufbauen kannst, habe ich dir hier mal ein Video gemacht. Wir sehen uns vielleicht da. Haut rein. Bis dann. Euer Sebi Forst. Ciao.